Hallo, willkommen bei RedDocs für die Vorroplan und auch neue Update für mich und für euch auch. Ich habe auch das Wünsch, mir auf meine Community zu achten und auch auf die Leute aufmerksam zu haben. Und dafür habe ich auch etwas Neues anzugefügt oder inzugefügt in das Programm. Jetzt kommt eine neue Sache. Aber jetzt gerade, was soll mal reden? Ja, ich habe immer viel Spaß am Drehen, am Arbeit mit YouTube, euch zum Unterhalt und ja, wie weiter das geht, ja, kein Problem. Ich bin dabei. Aber jetzt, was Neues? Woran plane? Mäßig. Das kommt auch immer jetzt jede Woche am Ende. Da kommen die Pläne und was kommt und tralala. Was Neuigkeit zum Aufregen? Ja, ich starte jetzt The Blood, Old Blood. Wolfenstein, The Old Blood. Okay, leider wird auch nur eine Part kommen, die Vorro, ich möchte auch nicht, dass die Leute denken, ich bin eine Pro, was weiß ich, nein, das bin ich nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch und ja, ich habe auch Spaß am Zock und so ist das. Okay, zweite Aufregung oder Erinnerung oder wie man es so nimmt, einfach, das kommt jetzt ein Video für euch, für die Vorro, was ich habe euch, so, das hat mir gefallen und das bringe ich auch raus für euch. Und das wird auch die Video von der Vorro oder von der Vorro. So, bleib entspannt. Das geht jetzt bald los. Okay, bis gleich. Ja, jetzt meine neue Update für euch oder meine neue Intergrund auf meine Community zu achten. Und ich möchte euch auch vorstellen, ich möchte euch vorstellen, ein neues Video für euch und das ist auch von meinem Kanal, Abonnent. Und das wird auch die Top-Video der Vorro. Sie können euch auch gerne bei mir schreiben, dass ich stolz auch vorbeischauen und mich entscheiden, was hat mich auch gefallen. Und ja, ich werde das auch mit gerne machen. Jetzt gerade, ich habe ein Top-Video der Vorro ausgewählt aus meiner Community und ich achte auch daran und das ist auch sehr wichtig. Das ist ein Video, das hat mich auch sehr gut beeindruckt. Da muss ich euch zugeben, das Spiel war auch nicht so gerade bekannt. Und da habe ich das ja gerade gesehen und auch gemeint, ja, das muss ich auch zugeben. Und da war ein super Game. Warum sind auch nicht so oft gekommen die Videos auf YouTube? Aber gut, kein Problem. Da ist die Video für euch danach. Und ja, der YouTuber, der das macht, das ist der Let's Play mit Mr. G. Und ja, viel Spaß dabei. Das geht los. Hallo Leute. Ich grüße euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal von Let's Play mit Mr. G. Der Gaming-Kanal, der sich sogar reimt. Und weil der Typ zu unseren Rechten so aussieht, als ob er gleich mal kacken muss, würde ich sagen, spielen wir mal weiter. Der ist schon ganz ungeduldig. Seht nur, wie verwirrt er da reinschaut. Soll ich dir eine Windel besorgen? Hallo? Ja, ist ja egal. Komm schon. Wir können nicht zu deinem Wagen. Mona könnte dort auf uns warten. Wir müssen, Jack. Es ist wichtig. Der Riss muss repariert werden. Ich... Ich muss... Wir müssen zu meinem Auto. Okay, also. Erklär mir das mal, Will. Die Zeit ist also zerbrochen. Gut. Und jetzt sagst du, dass wir das reparieren können? Theoretisch schon. Ich habe für so einen Fall etwas gebaut. Vor vielen Jahren. Aber es wird nicht einfach sein, die Gegenmaßnahme zu finden. Die Gegenmaßnahme? Was? Okay. Was ist? Vielleicht lassen sich die Türen noch öffnen. Ich versuch's mal. Ich hasse es, in Lifte eingesperrt zu sein. An dieser Stelle möchte ich vielleicht mal erwähnen, ich war sogar schon mal so in der netten Situation, in einem kleinen, drei Personen Lifte eingesperrt zu sein. Ja, okay. Hey, seid bitte still, wenn ich mit meiner Community rede. Und zwar war das, ja, ich schätze mal, das ist sicher jetzt schon acht Jahre her oder sieben Jahre her. Da war ich dazu mal noch in Innsbruck, in so einer kleinen Mietwohnung. Und das Gebäude war aus den 70er, beziehungsweise 80er Jahre. Und ja, ich wollte eigentlich so am Wochenende ausgehen und fahr mit dem Lift nach unten. Und dann bleibt dieser Sau-Lift zwischen dem zweiten und dritten Stockwärts stecken. Und ich denke mir noch, okay, ja, kann sie ja mal auf den Klingelknopf drücken, vielleicht meldet sich hier jemand. Ja, sie haben auch gesehen, die Video von der Voro, die war auch super, oder? Ein Spiel, der nicht so bekannt ist. Und dafür, ja, ich möchte auch, ich möchte auch sagen, dass der YouTuber macht doch sehr gut, sehr, sehr gut Eindruck, das zu spielen. Und auch gesagt haben, in die erste Folge, der Spiel ist nicht so bekannt, aber ich mache das trotzdem, weil ich habe Lust. Und ja, da hat er auch das gemacht. Ich finde das auch super. Und ja, wie weit das geht mit dem Spiel, dann schaut ihr das auch bei ihm vorbei, aber nicht bei mir, weil ich habe das Spiel leider nicht. Aber trotzdem, Neuaufregung auf meinem Kanal, ja, Wochenplan jetzt, Video der Voro, und ja, wenn Sie möchten auch dabei zu sein in meinem Kanal, als Video der Voro, dann bitte meldet sich bei mir, schreibt in die Kommentare, oder schreibt auf meine E-Mail-Adresse, ist alles auf. Und ich hoffe, dass wir kriegen auch so eine große Community, Fans und auch über Fans dabei, euch zu, auch begeistert. Und ich auch, ich war sowieso begeistert, dass viele Leute haben mich auch abonniert und noch darauf anzusprechen und tralala, okay, ich finde das super. Aber sowieso, YouTube ist nicht am Ende. Da muss man alle kämpfen und sagen, ah, ich habe vielleicht wenige Klicks, aber trotzdem, das geht immer noch vorwärts. Okay, jetzt kommen wir am Schluss von dem Video, der Voro-Plan, und ja, ich hoffe, Sie haben auch Spaß gehabt mit mir, so wie ich, ich habe immer Spaß. Oh je, die letzte Zeit, ich habe so viel gemacht, mit Aufnahmen und tralala, ja, ich sage immer noch wieder, tralala, tralala, aber nein, dann sage ich nur bla 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 bla. Ja, Quatsch, ich hoffe, dass Sie haben noch weiterhin viel Spaß dabei. Okay, bleiben Sie dran, auf meinem Kanal kommt immer noch was für euch. Und ja, weiterhin viel Spaß mit mir. Und ciao. Und ja, wenn du hier bist, ich kann nicht fühlen, dass du hier bist, weil du mich hältst, weil du mich hältst. Und ja, weiterhin viel Spaß dabei. Und ja, weiterhin viel Spaß dabei. Und ja, weiterhin viel Spaß dabei.